IWA 2023 Auto Classics aus Nürnberg. Ich bin wieder zweieinhalb Tage für euch auf der Messe unterwegs. Schau nach den Highlights, guck was es bei neuen Innovationen gibt, neuen Kollegen auf dem Markt. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ich gehe es los, aber vorher gehe ich mit meinem Kollegen noch zum Barbieren und der Bahn geht gar nicht. Los geht's! Draぐenschwinde 1 2 3 IWA, erster Tag Messebesuch, hat mich direkt an den Stand von Umarex Outdoor verschlagen. Und ja, jetzt gibt es die Neuheiten von Umarex Outdoor für euch. Ja, hallo nochmal, willkommen am Umarex Stand. Wir schauen uns mal die Messer- und Messe-Neuheiten dieses Jahr an. Wir fangen hier an mit unserem kleinen MK40, das heißt Mininal 40. Das ist ein sehr kompaktes kleines Klappmesser, bei dem wir eine Klingenlänge von 3,9 cm haben. Wir haben eine Liner-Lock-Verriegelung hier unten und wir haben gepräßte G10-Schalen mit zwei Lagen, das heißt, da ist Farbe mit drin. Und was schön ist, ist zum Beispiel das Gymping hier, das über den ganzen Klingenrücken geht, sodass ich also die klassische Box-Cutter-Griff-Haltung mit Zeigefilm an der Klingenbitze hier einen schönen Grip habe. Die Periclip, eigentlich brauchen wir so ein Messer nicht unbedingt noch mit Wirkeltasche, aber wir liefern trotzdem eine mit. Das ist ein schönes kleines, handliches Messer für alle Leute, die es besonders kompakt mögen. Preisbereich? Die UVP liegt bei 29,95 hier. Das ist echt schlaufer. Also auf jeden Fall erschwinglich. Also perfekt für die 5-Dose-Taschen. Ganz genau. Richtig. Wobei man hat trotzdem was in der Hand. Also ich spittle nicht über sowas, sondern man hat ein sehr angenehmes Griffgefühl, das passt natürlich an der Regel. So, dann machen wir weiter mit unserer neuen Serie, die Green Nature Knives. Green Nature nach 1, 2 und 3. Wir haben hier zwei Klappmesser mit Liner-Lock-Verriegelung und wir haben einen Fixed Blade. Alle drei haben die Griffe aus Green Canvas Mikata und einen Klingenstahl D2, das heißt Rockwell Härte an die 60, sodass wir also auch eine sehr ordentliche Schnitthaltigkeit haben. Und das Green Nature Life 3 zum Beispiel hatte gerade im letzten Messermagazin als Hunters Best Trend mit Orangen und Griffschalen einen großen Vergleichstest von 10 oder 11 feststehenden, verpackten Jagd-Outdoor-Messern gewonnen, was uns sehr gefreut hat. Der einzige Kritikpunkt war, dass das Orange als praktisch, aber als nicht unbedingt schön angesehen wurde. Da habe ich gesagt, Leute, wandeln wir auf die IWA und jetzt haben wir hier dann auch die Version mit Green Canvas Mikata. Das sind robuste Messer, das sind Outdoor-Messer, hier auch definitiv für den Alltag tauglich, wegen der etwas kompakteren Größe. Aber gerade auch der große Outdoor-Folder ist natürlich für alle, die nicht mit einem Fixed Blade rumlaufen wollen, eine gute Wahl. Hier haben wir jeweils ein Leder-Edge dabei, das feststehende Messerkrappeter Kreidex-Scheide mit Gürteladapter, der entsprechend umsetzbar ist, von horizontal zu vertikal zu diagonal, ganz den eigenen Vorlieben entsprechend zu. Wir liegen hier beim Fixed Blade zum Beispiel bei 55 Euro, das heißt 44 im 90er-B. Hier entsprechend auch und hier sind wir 5 Euro günstig. Ja, die nächste Neuheit ist gleich eine ganze Serie von Messern und zwar ist das unser PDP Folder, die Walter PDP-Pistole. Er ist ja letztes Jahr mit ziemlich viel Furore empfangen worden, von der Fachpresse und von den Schützen mit Begeisterung aufgenommen. Und wenn es eine neue Walter-Pistole gibt, dann brauchen wir natürlich auch ein entsprechendes Messer dazu. Die Q5 Steel Frame war ja damals das erste neuere Projekt, das wir auch in einem anderen Qualitätsbereich angesiedelt haben, als Edelstahl-Frame noch. Und hier ist es ähnlich, das heißt jetzt nicht in Bezug auf die Bauweise. Wir haben hier einen Liner-Lock-Folder und ich habe natürlich auch selbst einen davon in der Tasche, den wir hier mal aus der Nähe anschauen können. Wir haben eine G10-Beschalung mit einem GFK-Griffrücken, das heißt mit einem aufgesetzten Overlay. Wir haben hier dann die Klinge, auch wieder aus D2 mit Brockwell-Härte von 60. Und wir haben eben hier dann auch die Design-Features drin, das heißt die Serrations, die im Schlitten vorhanden sind bei der Waffe. Die haben wir dann hier auf beiden Seiten, die Walterschleife, den PDP-Schriftzug drin und am hinteren Ende nochmal die versteckte Fangriemenöse. Wie ihr eben schon, hier einmal an der Seite, wie ihr im Display gerade eben schon gesehen habt, gibt es drei Klingenformen. Das heißt wir haben Fairpoint, wir haben Tanto-Plane und wir haben Tanto mit Serrations, also mit Teilwellen-Schleife. Und es gibt jede Klingenform, in jeder der vier Griffe haben, das heißt in Schwarz, in FDE, in Olive Drap und in Tungsten Gray. Das heißt wir haben insgesamt zwölf Modelle, die wir gleich nochmal grün in der Vitrine, im schönen Shop alle nebeneinander sehen können. Wir haben hier eine UVP von 59,95, das heißt das Messer ist noch absolut erschwinglich. Und jeder, der die PDP kennt und das Messer in der Hand gehabt hat, war bisher sehr angetatet. Auch für mich ist es im Moment mein absolutes Lieblingsmesser, das ich aktuell in der Tasche habe. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gern. Vielen Dank. Und Reggie ist natürlich auch da, Toots for Jens. Da ist der Dennis von Topbow, gnadeter Messer-Macher aus Holland. Ja, ich bin am Stand von Benchmade und habe hier gerade dieses wunderbar tolle Messer, das Naros, ausprobiert. Und das hat eine so krasse Action, es fällt. Tja, und deswegen werde ich direkt verarztet mit dem Pflaster von Benchmade. Scharpers Hell, das sind die Messer hier. Wir haben hier das Benchmade Bugout in der neuen Variante. Schön dunkles Blau mit einer Klinge in einem schönen Erdton, so ein Ten-Coyote-mäßig. Dann haben wir hier das Taked-Out, richtig schön mit dem Griff auf den Carbonfaser, der orangenen Klinge. Und ja, der Stahl CPM Magna Cut, das ist der Trend dieses Jahr. High-End-Stähle. Dann haben wir noch ein schönes Modell, ein kleines Fix, das Flyway, ja, schöner Griff aus G10, orangenen, schwarze Highlights hier an den Schrauben. Und dann ein Jimping hier vorne drauf, so dass man noch schön nach vorne greifen kann. Das Ganze kommt auch mit einer schönen kleinen Kilex-Schalte, lässt sich dann, ja, als Neckknife tragen oder auch am Birtel befestigen. Ja, und hier dann das Messer des Narrows, mit dem ich mich gerade geschnitten habe. Ja, High-End, ein super schmales Modell. Ihr seht, wie dünn das ist. Auch ein Deep Carry Pocket Clip Titan-Griff. Und ja, die Action hier, ich muss aufpassen, ist wirklich Wahnsinn. Richtig cool. Preispoint ist aber auch Wahnsinn, das Ding liegt bei über 500 Euro. Mich hat es an den Stand von Bestech verschlagen. Ihr kennt ja noch das Heidi Blacksmith Number One. Und das hier ist mein eigenes, das habe ich extra nochmal die Messer mitgebracht. Hier in dem schönen, ja, Carbon, in der schönen Carbon-Optik. Und ganz neu auf dem Markt ist jetzt gekommen das Heidi Blacksmith Number Two. Hier eine schöne Variante mit einem Mikata-Griff. Ja, da haben wir hier drei Edelstahl-Schrauben. Besondere hier, wir haben hier zwei verschiedene Anschliffe auf der Klinge drauf. Eine schöne Fehlschärfe. Ja, hier vorne wird die Klinge nochmal ein bisschen dicker. Ein schönes Jimping ist wieder drauf. Man erkennt auf jeden Fall die Handschrift von Heidi. Richtig, richtig schönes Messer. Auch mal kurz zum Vergleich von der Größe hier. Definitiv ein Heidi, was jetzt erwachsen geworden ist. Materialien sind hier auch recht ordentlich. Wir haben hier einen CPM S35VN-Stahl. Kennt ihr das Mikata im Griff? Und das Ganze liegt hier bei 269 Dollar. Ich glaube 250 oder 270 Euro kostet es auch beim Riding, Turning, Flipping. Wenn ihr da interessiert seid, schaut mal vorbei. Alles unten verlinkt. Richtig schönes Messer. Und das werde ich mir definitiv demnächst zulegen und meine Heidi Blacksmith Sammlung erweitern. Ja, auch Fellkniven ist dieses Jahr wieder vertreten auf der IWA. Ja, großartige Neuigkeiten gibt es nicht. Sie kommen mit ihrer aktuellen Produktion kaum hinterher. Was es aber gibt, sind ja einige Modelle, wie zum Beispiel hier das F1X mit einem schwarzen Coating im LMAX-Stahl. Oder auch das F1 Pro. Auch das gibt es jetzt hier im LMAX-Stahl. Die Klassiker von Fellkniven. Ansonsten die Produktpalette, wie ihr sie kennt, alles vorhanden. 80% von euch haben den Kanal nicht abonniert. Abonniert jetzt. Schauen Sie uns. Schönen. Leute, das mit dem Abonnieren habe ich ernst gemeint. Jetzt abonnieren. Ja, auch du, Feuer frei. Die IWA hat dieses Jahr eine schöne Fläche hier eingerichtet mit den Newcomern, mit den heißen Produkten, die es auf dem Markt so gibt. Hier ein ganz interessantes Beispiel von Mazarin. Ja, eben auch einen Mowa gesehen. Das schauen wir uns auch nochmal im Detail an. Natürlich auch viele Neuheiten aus dem Jagd- und Waffenbereich. Ja, wie auch Munition. Und ja, hier haben wir nochmal ein Messer von New Ridge Knives. Und da hinten wird schon wieder das erste Bier aufgemacht. Erik, ich dachte schon, du wärst es. Nein. Ja, am Stand der Katadyn-Krupp gibt es natürlich auch wieder ein bisschen was zu entdecken. Die Gerichte sind ja, wie gesagt, bekannt. Forestia ist jetzt auch mit süßen Gerichten und Nachtischten am Start. Vanilla-flavored Reispudding. Das hört sich lecker an. Ganz interessant sind für Leute, die unterwegs sind und keinen Bock mehr auf süße Müsli-Riegel haben, jetzt hier die Schimpansi-Riegel in drei Varianten. Pizza, Olive und ja, spicy-salty. Die zwei haben wir jetzt mitbekommen, die werden wir auf jeden Fall mal probieren. Wer erlerkisch gegen Bienen ist, oder allgemein, Bienenstisch ist nie angenehm, wir den vielleicht mal nach den B-Patches hier schauen. Ist ein Patent, dass wir haben. Einfach dieses Pflaster drauf machen und da ist so eine Art Glucose drin, hat er mir erklärt, dass dann das Gift aus der Wunde raussaugt. Einfach draufkleben, hier, fünf Aufkleber, fünf Euro, guter Preis, passt. Ja, wie versprochen bin ich natürlich auch am Stand von Gervenbeck. Hab den jetzt auch schon mal ausprobiert, blende ich euch gleich noch ein paar Bilder von ein. Und das Gespräch war sehr interessant. Und also, der Gervenbeck, wie gesagt, das ist nicht nur ein Schlafsack, ein Biwak-System. Ich kann mehrere davon verbinden, zu TAPs zu planen. Wenn ich mit vier Leuten unterwegs bin, kann ich mir aus vier von diesen Teilen ein riesen Lager bauen. Ich kann das Teil als Tarnung nutzen als Ansitzsack für Jäger. Das ist wirklich super interessant. Die ganzen Klamotten haben wir uns jetzt auch noch gar nicht angeschaut. Aber es ist auf jeden Fall einiges, was es gibt. Wie gesagt, die Exklusiv-Line, die gibt es mit zwei oder drei verschiedenen Einsätzen. Ich kann ihn ohne Einsatz nehmen. Mit der 60 Gramm Dreimalauf-Füllung oder mit der 170 Gramm Dreimalauf-Füllung. Habt also verschiedene Optionen für verschiedene Temperaturen. Wie gesagt, Multi-Purpose gibt eigentlich wenig Grenzen, die dem Ganzen hier gesetzt sind. Und das Hackma ist auch genial, richtig klein. Hier oben kann man es sehen, dass das Teil wiegt so zwischen anderthalb und zweieinhalb Kilogramm. Natürlich geht es nach Konfiguration. Aber es bietet einfach verdammt viele Möglichkeiten. Das hat auch wieder groundbreaking. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Stand von BCB, Neuigkeiten dieses Jahr nicht, die hier sind schon seit zwei Jahren auf dem Markt, kommen eigentlich bei den französischen Rationen mit, jetzt aber auch bei den polnischen demnächst, quasi in den Rationen, um das Essen warm zu machen. Eine ganz kleine Variante vom Fire Dragon, rennt natürlich nicht so lange wie die großen hier, sondern sind wir hier nur bei sechs Minuten halt gerade mit der Ration ein bisschen warm zu machen. An den Stand von Mora hat es uns natürlich auch nochmal verschlagen, immer wieder schön dort zu sein, ein bisschen was zum Schnitzen auszuprobieren und die Neuheiten zu sehen. Hier sehen wir Johann Burtus, ich hoffe den Namen spreche ich richtig aus, den CEO, also den Geschäftsführer von Mora, der uns die neue Ashwood Collection vorstellt. Das erste Mal für Mora tatsächlich echte Full-Tank-Messer. Das Garbeck war schon ein Full-Tank-Messer, allerdings mit einem aufgespritzten Griff. Hier haben wir Full-Tank-Messer durchgehender Stahl. Wir haben hier einen Stand-of-Steel mit aufgeschraubten Griffschalen aus Eschenholz. Wir haben hier vier Modelle, einmal das FIN, das kleinste in der Serie, dann das WIT, das LOG und das ROMBO. Wie gesagt, vier Stück, für alle haben so ihren eigenen Einsatzzweck. Es handelt sich wie gesagt um einen Stand-of-Steel, ein recycelter Stahl hat er uns erklärt. Holz, das nachhaltig geerntet wird. Wir haben hier eine Lederscheide mitgeliefert. Bei der kompletten Verpackung wird auf Plastik komplett verzichtet. Das Leder ist wunderbar weich. Mit dazu kann man sich kaufen. Finde ich schade, dass es nicht mitgeliefert wird. Und mit 27 Euro recht teuer so ein Dengler-System und das Ganze ein bisschen tiefer am Gürtel zu tragen. Insgesamt muss man sagen, dass die Messer vom Preis her für Mora schon weit oben angesiedelt sind. Wer dachte, dass das Garberg schon teuer ist, dann setzt euch lieber mal hin. Wir fangen hier an beim FIN mit 169 Euro. Das WIT und das ROMBO liegen beide bei 214 Euro und das LOG sogar bei 239 Euro. Die Namen der Messer haben alle was mit Mora zu tun, gehen schon Jahrzehnte zurück. Zu jedem dieser Namen findet ihr auf der Seite von Mora nochmal eine kleine Erklärung, wo der Name oder wie der Name zustande kam und was es damit auf sich hat. Finde ich wirklich schön, dass Mora hier die Tradition nochmal ein bisschen fortleben lässt. Und man sieht, es ist nicht nur irgendeine Firma, die sich irgendwelche Namen aus dem Internet zusammensucht. Wenn man zweieinhalb Tage auf der E-Bio unterwegs ist und entsprechend viel filmt und Akkus braucht, ist man froh, wenn man eine mobile Stromversorgung hat. Heute habe ich dazu genutzt die Pekron E600 LFP, eine portable Powerstation mit 600 Wattstunden Energie. Ihr seht, ich habe hier gerade Massivgeräte dran. Die Action Cam lädt hier über einen USB-Ausgang. Hier schließe ich gleich nochmal eine Apple Watch an, die ist nämlich auch wieder leer. Oben habe ich mein Handy an der Wireless Charging Station dran. Die Akkus von der Kamera werden nochmal aufgeladen. Und sogar hier über den 12-Volt-Ausgang hängt die portable Kaffeemaschine dran und lädt nochmal auf, dass ich mir gleich nochmal einen schönen Espresso machen kann. Weiterhin bietet die Station ja zwei 220-Volt-Ausgänge. Maximal 1200 Watt könnt ihr hier ziehen. Zusätzlich auch nochmal hier 12 Volt, 10 Ampere Ausgänge mit vorhanden mit dem Rundstecker. Da müsst ihr euch genau informieren, ob das für eure Geräte entsprechend passt. Wie gesagt, der 12 Volt normal Kfz-Stecker ist vorhanden. Hier hängt jetzt die Kaffeemaschine dran. Geht aber auch alles andere, was ihr da entsprechend an Geräten habt. Geladen werden kann das Ganze dann entweder über ein mitgeliefertes Netzteil. Das wird dann hier unten angeschlossen mit so einem speziellen Stecker. Oder auch über Solarpaneele. Die werden dann je nachdem, wie stark die Solarpaneele sind, entweder hier oben angeschlossen. Hier geht auch der 12 Volt Anschluss rein, wenn ihr das Ganze über das Auto lädt. Oder eben über den Anschluss hier unten. Mit dem Lieferumfang ist dann so ein kleiner Koffer. Den habe ich jetzt missbraucht. Da ist noch einiges von meinem Kram mit drin. Aber hier ist der 12 Volt Lader, der mitkommt. Ihr seht, so wird das Ganze dann hier entsprechend geladen. Mit dabei sind auch nochmal Adapter, um Solarpanels anzuschließen. Von MC4-Steckern, passend adaptiert. Schöne kleine Powerstation. Aktuell liegt der Preis bei 5,99. Wie immer alles in der Videobeschreibung verlinkt. Richtig cool ist beim Display, dass ihr zum einen seht, wie viel Prozent noch drin ist. Ihr seht, wie lange hält die Powerstation noch. Wie viel Watt geht raus. Wie viel kommen rein. Und einmal umschalten. Und dann sehe ich sogar die Spannungsanzeige vom intern verbauten Akku. Finde ich eine richtig gute Sache. Gerade für die Technikfreaks interessant. Die wissen, bis wohin so ein Akku geladen werden sollte. Also wenn ihr Interesse dran habt, schaut mal vorbei. Pekron E600 LFP. Wir sind am Stand von Tactical Foodpack gelandet. Letztes Jahr schon gezeigt, zum Testen die gefriergetrocknete Cheddar und Gouda. Jetzt gibt es noch diverse Cookie-Bots dazu. Und ja, gibt es auch schon länger auf dem Markt. Die Kids-Menüs hier. Tactical Foodpack. Da ist einfach drin Frühstücken, Snacken, Meal und noch ein kleines Geschenk. Also ein Spielzeug für die Kinder zum Ausprobieren. Ganz cool eigentlich. Der Iwer ist auch die Firma Adler Werkzeuge nochmal vertreten. Die haben wir ja letztes Jahr vorgestellt. Letztes Jahr kam die Brandenäufe, mag die Äxte. Ich habe auch schon seit letztem Jahr, das bin ich euch noch schuldig, die Kleine hier und das Higuri Beil. Die Higuri Hedget, glaube ich, heißt sie, ja schon zu Hause im Einsatz. Da kommt definitiv noch was zu. Hab es noch nicht, hat sich geschafft. Aber solltet ihr auf einer Suche nach einer Axt sein, schaut mal bei Adler vorbei. Gutes Zeug, das kann ich jetzt schon mal sagen, zu einem günstigen Kreis. Made in Germany. Gutes Zeug, das kann ich jetzt schon mal sagen.